Oh, schön, es wird dunkeln. Ich muss kurz schauen, ob das hier funzt. Einen wunderschönen guten Abend, wir sind mal wieder zurück in Ark, auf jeden Fall. Und zwar befinden wir uns gerade auf Lavandia 2, also das ist Genesis 2 die Karte. Und ich bin angefragt worden auf eine Base-Besichtigung, und zwar von unserem Admin Nero. Hier nämlich was hingezaubert hat, auf jeden Fall. Ich bin da sehr gespannt. Wir warten noch mal ein bisschen, bis da noch ein paar Leute reinhusteln in den Livestream. Ich schicke denen, die schon mal da sind, einen High rein, auf jeden Fall. Das ist absolut nice. Seid ihr hier noch ein bisschen am Stizzle. Und ich schicke mal noch ein bisschen Hype auch raus, und natürlich noch mal ein bisschen GG. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Nero, sag mal erstmal Hallo. Hallo. Leute, könnt ihr den Nero hören? Hallo. Madhawk86 ist auch hier gerade noch reingehustelt in den Livestream. Er schreibt, ja. Okay, dann lassen wir erstmal ein bisschen Hype da, für Madhawk. Der ist ja quasi hier, ne, ein bisschen neu, sag ich mal. Nicht mit per Wohl gewaschen. Ja, Leute. Also, bevor wir beginnen, noch ganz kurz. Ich mach halt immer, bevor ich anfange mit der Base-Besichtigung, ein kleines Interview mit den Leuten. Aha, Madhawk ist mit per Wohl gewaschen. Alles klar, ich merk mir das auf jeden Fall. Hallo Batman, wie geht's dir? Bist du fit? Hast du ein bisschen dich erholen können nach diesem langen Stream von Risen? Hat ja richtig Spaß gemacht heute. Ja, ich mach kurz ein kleines Interview mit unserem Nero, und dann würde ich sagen, dann starten wir auch schon rein. Und die, die halt das verpasst haben, ne, wie immer, ihr könnt dann auf YouTube gehen, Deluxe Twitch, da wird der Stream hochgeladen. Äh, die, die jetzt dabei sind im Livestream, ist natürlich absolut gut, weil da könnt ihr direkt eure Note abgeben. Und für die, die noch nie mitgemacht haben, ne, von 0 bis 10 könnt ihr dann Punkte geben an unseren Nero. Ich frage ganz kurz dich, Nero, und zwar, woher, äh, wie alt bist du, woher kommst du? Ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Bayern. 30 Jahre jung, aus Bayern, und wie lange zockst du schon arg? Boah, seitdem es raus ist. Seit es auf Konsole rausgekommen ist, oder hast du vorher noch PC gezockt? Nein, nein, seitdem es auf Konsole gekommen ist. Okay, 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 also das ist auf jeden Fall schon mal cool, also von Offi-Zeiten, ne, so, so, so. Ja, dann vielleicht für die, die es nicht wissen, Nero ist ja bei uns schon sehr, sehr lange Admin, äh, hilft immer mit, macht und tut, baut die Events auf, äh, bringt Ideen, und ähm, hier auf, äh, Genesis 2 hat er jetzt mal eine Base gebaut, er ist normalerweise auch, äh, in der Admin-Base bei uns zu Hause, aber wir haben, wir Admins haben auf, äh, Genesis 2, hat jeder sein eigenes Reich, ne, und deswegen, ne, hat er, äh, was cooles hin gezaubert, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wir werden auch gleich, ich werde auch gleich bei dir vorbeikommen, auf jeden Fall. Vielleicht noch kurz, um die, die in den Livestream jetzt reingehustelt sind, so, wie seid ihr in den, ähm, wie seid ihr in den Sonntag gestartet, eher gut, eher schlecht, eher verschissen, eher, ähm, ich weiß es ja nicht, ne, also, könnt ihr mal kurz schreiben, auf jeden Fall. Ey, Leute, ich bin übrigens übelst froh, dass ich hier wieder mal ein bisschen Ark streamen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, also, nix gegen Risen, Risen macht auch richtig Spaß, aber, ne, ja, so, äh, vielleicht noch kurz hier, da, die, die es nicht kennen, äh, da, hier ist, äh, die Admin-Base auf Genesis 2, das ist unsere öffentliche Brutstation, wo ihr, äh, hier hinkommen könnt und eure Eier brüten könnt, wenn ihr mal Bock habt, oder so, ne, also, jetzt die, die es kennen, so, äh, äh, Genesis 2 ist aber zu bei uns, da kommen nur die Supporter drauf, ne, falls ihr dann irgendwann mal Interesse habt, hier raufzukommen, mit einem kleinen Support, ne, bekommt ihr dann das Passwort für den Server und könnt ihr natürlich, äh, auf den Server rauf, was natürlich der Vorteil ist, äh, bei den geschlossenen Servers bei uns, das werde ich euch noch ganz kurz erklären, es gibt keine Zerfallzeiten, ne, äh, und die Tiere haben 30 Tage, wenn ihr, wenn ihr die Tiere draussen stehen habt, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, Leute, den ihr habt, ne, gut, ähm, wir gehen jetzt kurz zu Nero, Nero, wie heißt dein Teleporter, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns erwartet, bei dir, Nero Space, Nero Space hast du den angeschrieben, okay, ich, äh, suche den mal kurz raus und dann wollen wir mal kurz hier bei dir vorbei hustlen, auf ganz, einfach nur Nero eingeben, das habe ich gemacht, habe ich auch so gemacht, ah, ich habe ihn gefunden, da bist du, ey, du bist nicht weit von der Adminbase entfernt, sehe ich gerade, wir sind, äh, quasi Nachbarn, ne? Ja. Cool. Ich hoffe, ich fliege nicht raus, Leute, das wäre auf jeden Fall scheisse, Madhawk schreibt, super Tag, ey, cool, darfst du, dass du einen super Tag hast, äh, schicke ich dir auf jeden Fall ein bisschen Hype rein, und nur Homo ein bisschen Liebe, ne, muss ja sein, auf jeden Fall. Blick nach vorne, hi, du bist neu bei uns, oder wie? Ey, Leute, schickt mal ein bisschen Hype rein, für Blick nach vorne, auf jeden Fall. Absolut nice. Äh, die das, die das Hype-Emote noch nicht haben, äh, sammelt euch ein bisschen Kanalpunkte, das könnt ihr euch dann mit den Kanalpunkten kurz gönnen, das lohnt sich, auf jeden Fall. Blick nach vorne, herzlich willkommen bei uns. Ich weiß nicht, ob du, äh, das kennst, was wir hier gerade veranstalten, ähm, ne, wir machen eine Base-Besichtigung bei ein paar Spielern, also jetzt heute natürlich ein Spieler, so quasi, und am Ende bewerten wir halt die Base. Da könnt ihr eure Bewertung auf jeden Fall reinhusteln in den Live-Chat. 0 Punkte ist das Schlechteste, 10 Punkte ist das Beste. Wenn ihr natürlich sagt, oh, wow, ey, 10 Punkte, das ist über 10 Punkte, könnt ihr auch eine 10 Plus reinhusteln, ne, Leute. Einfach, damit ihr da Bescheid wisst. Gut. Nero, ich bin angekommen, äh, ich sehe schon hier, du hast hier was Brutales hingezaubert. Ähm, ja, ich denke mal, du kannst mich mal abholen, komm mal erst mal zu mir. Ah, da bist du, ah, da ist er, da ist er. So, erst mal, guten Tag, wink mal rein, auf jeden Fall. Guten Tag. Gut, super. Du darfst mich auf jeden Fall durch deine Base führen. Leute, wir schauen uns immer zuerst das, also die Innenräumlichkeiten an, dann werde ich von außen nochmal alles abfliegen, damit ihr sehen könnt, was er so gezaubert hat, und dann können wir die Bewertung auf jeden Fall, äh, raushassen, würde ich sagen. Letty, Valhalla, hätten es besser gebaut. Fragwürdig. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, gut. Nero, du darfst mich durch deine Base führen, auf jeden Fall. Okay, kommst du mit? Ja, klar, ich bin an deiner Seite, auf jeden Fall. Das ist eine Art Steinlampe, wo ich ihn gezaubert habe, aber es ist nicht die einzige. Die, 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 die schaue ich mir dann nochmal ganz genau am Schluss an. Ich denke mir, wir wollen erstmal ins Gebäude rein. Und, ähm. Die ist ja zu. Nein, nicht um die Lampe, ins Gebäude. In dein Gebäude hast du gebaut. Ja, komm mal mit, dann gehen wir rüber über die Brücke hier. Jo. Hier sinkt mein Auto, der Fakt ist gleich. Jawohl. Da ist der Weg. Schön gemacht, er hat mal hier einen Weg gemacht mit ein paar Artefaten, nicht einfach nichts gemacht. Zwischendurch. Hier habe ich noch mal eine Lampe. Hier kommt man, hier kommt man zu meinem Bierfass. So, du hast ein Bierfass gemacht. Ah, jetzt sehe ich das erst. Wow, Leute, schaut euch mal auf die Lampe dann hier an, das werden wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer anschauen. Hier steht herzlich willkommen bei Bierfass auf Gen 2. Okay. Kommt hier rein, kommt hier rein. Gute Sache. Äh, Blick nach vorne. Ich glaube nicht, dass du hier in den Livestream kommen musst und hier beleidigen musst, oder schon. Weißt du, es ist ganz einfach. Ich kann dich auch bannen, wie du lustig bist. Äh, mir ist es egal, aber weißt du, wenn du schlau bist, bist du ruhig und schaust dir mal die Base an. Und dann kannst du nämlich immer noch, nee, hier im Chat herrscht keine Meinungsfreiheit, Kollege. Du kannst gerne hier zuschauen und mitmachen und wenn du, äh, deine Bewertung, wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch dem Nero null Punkte geben. Ist kein, ist kein Thema. Okay? Ja? Ist ein bisschen Kindergarten gerade, finde ich. So. Ähm, wir gehen jetzt mal rein, auf jeden Fall, wir schauen uns das an. Also, sorry, tut mir leid, Leute, aber für solche, äh, ne, für solchen Kindergarten sind wir eigentlich nicht hier. Also, wir machen hier die Streams, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Oha, was sagt? Hier steht schon eine Dame, die gibt halt was aus den Leuten da. Du hast hier, oh, also du bist jetzt hier im Bierfass drin quasi, äh, wir sind im Bierfass drin quasi, und hier ist dann die Theke, wo man sich, äh, ne, was, was gönnen kann. Finde ich absolut nice, finde ich absolut nice. Okay, ich schaue mich mal, ich schaue mich mal ein bisschen, ja. Bierfässer, bisschen Trophäen von, von Bössern und so, natürlich funktionieren ja auch die Bier, die Bierfässer natürlich. Hier, wie gesagt, ich finde das absolut geil gemacht, also, es ist hier nicht zu viel und nicht zu wenig, also jetzt von meiner Sicht aus, und, äh, wir können ja mal kurz, ne, weitergehen, nach oben. Ich sehe, du hast hier einen zweiten Stock noch drin, wir wollen mal weitergehen, Leute. Hier habe ich ein paar Tierchen ausgestellt und mich natürlich. Also quasi hier oben ein kleines Museum, auch, ne, wir gehen kurz durch, Phoenix, ein Maywing hat er am Stiesel, dann ein Void Drache, ein Shadow Main, hier ist ein Delfin. Ja, ja, und da, das bist du selber hier, du hast dich nochmal selber, cool, du hast dich hier selber nochmal verewigt, jo, finde ich absolut nice, finde ich absolut nice. Schaut euch auch mal nochmal die Decke an, Leute, ne, ist halt das Prinzip komplett rund gebaut wieder. Ähm, Indivian, Ehrenmann, 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 haut hier mal kurz 500 Bits raus für unseren Kanal. Leute, haut mal kräftig Hype raus für unseren Indivian, finde ich absolut nice. Ne, haut mal Hype raus, auf jeden Fall. Sorry, wir müssen hier kurz, Nero, äh, hier... Keine Ahnung, Bimm. Geile Sache, geile Sache. Leute, haut die Tasten, haut Hype raus, auf jeden Fall, die, die's können, ne. Madhawk, äh, du kannst das, glaube ich, noch nicht, du musst noch ein bisschen, äh, Kanalpunkte sammeln, aber das wird schon, das wird schon, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, Leute, ähm, das war jetzt das Museum oben, unten hat er eben den kleinen Eingang. Finde ich absolut schön gemacht. Es ist auch jetzt gerade, wie ich sehe, hast du Holz mit Metall kombiniert, hä? Ja, ein bisschen, ein bisschen Stein ist auch dabei. Okay, okay. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut cool hier, also, ne. Okay, dann, äh, sind wir, äh, sind wir, äh, sind wir, äh, die Zapfhahn hier da oben. Hier, das, das ist ein Zapfhahn, hä, Leute, falls ihr das, äh, ne, sehen könnt. Zapfhahn, also, es ist ein Bierfass, ne? Das ist ein Bierfass. Geile Sache. Also, das ist quasi dann dein Gebäude, sonst hast du noch was im Petto, was wie sonst noch dann? Ja, ich hab, ja, komm, ja, ich hab noch mehreres machen. Okay, 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 wir schauen uns erst mal noch, äh, hier hinten, äh, ein bisschen was noch an. Äh, ah, hier ist auch was Kleines, was ist denn das hier? Das ist nur der Generator, die. Ah, der hast du, okay, du hast das ein bisschen schön gemacht, damit der nicht einfach so rumsteht, auf jeden Fall, finde ich absolut nice, nice, nice. Hier stehen, hier stehen ein paar Tierchen in einer Reihe, schön. Jawohl, jawohl, hier hast du auch schön Platz für deine Tierchen, ne? Oh, Leute, schaut euch das an hier hinten, das ist auch sehr, sehr, äh, exotisch sieht's aus, muss ich mal sagen, so. Kann man so sagen, exotisch? Ja, ja, kann man, ey, ich find das absolut nice, also, ja, ich schau's mir eh noch mal von außen an, also, wir gehen mal rein, was ist denn das hier hinten, das ist eine kleine Abstelle, äh, oder Lager, oder was soll das hier sein denn, so? Ist ein kleines Lager, und so. Lager, okay, okay, Lager, Leute. Hier, das ist mein Zimmer. Jawohl. Ich mach, ich bin Fernsehen natürlich, ich spiel natürlich Last Island und so, mit dem Haus. Ja, er ist schon auf der neuen, er ist schon auf dem neuen DLC auf jeden Fall, äh, find ich absolut nice, ne, das neue, das neue DLC, was er dann erscheinen wird im Herbst, Winter, wenn sie's, ne, schaffen, Wildcard, dann, äh, ne, werden wir auf jeden Fall auch Last Island am Stissel haben bei uns, das ist natürlich, äh, ganz klar. Hey, du bist der Erste, der mal ein Bild, äh, aufge-, also, hier an die Wand gemacht hat, ne, aufgehängt hat. Ja, klar, da ist eins von meinem Drachen, da ist ne kleine, äh, ist ein Bild von meinem Base von oben, kann, hier hab ich auch noch ein Bild hier hin. Also habt ihr das gewusst, ne, ihr könnt auch Bilder machen in Arken, könnt ihr bemalen, und so weiter, also, das ist absolut eine geile Sache. Äh, du bist quasi der Erste bei der Base-Besichtigung, der das jetzt genutzt hat, weil, ja, alle anderen haben bis jetzt halt einfach mit Pflanzen, und ein bisschen, äh, Statuen, und, äh, mit, äh, Artefakten gearbeitet, also, ja. Schlafzimmer ist sehr idyllisch, muss ich sagen, finde ich, also, gefällt mir auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann geht's hier noch einen Stock höher, sehe ich gerade. Hier kommt. Hm, Batman Hero schreibt, er merkt sich das schon mal, bedankt sich für den Tipp. Alles gut. Hier kommt eine kleine Küche. Kleine Küche, Leute, hat er hier gezaubert? Okay. Ist jetzt nichts Spezielles, aber, äh, ist okay, also, kann man nichts sagen, kann man nichts sagen. Ja, hier, ja, ich sehe, wie die Wand draufhäden hast du hier. Wenn man hier reingeht, dann haben wir eine gemütliche Abteilung, hier eine Couch und hier Kamin und so. Okay, coole Sache. Schön, ist auch schön gemacht, Leute. Eine kleine Ecke da, wo man sich so ein bisschen, äh, hier hinsetzen kann. So, ich setz mich mal hier hin. Kann man hier schön genießen, vielleicht vom strengen Tag. Vielleicht sich noch ein Bierchen gönnen und hier ein bisschen ausklinken, auf jeden Fall. Ja. Finde ich absolut cool. Das ist alles im Haus. Das war jetzt alles, was wir gesehen haben im Haus. Äh, ist ja auch nicht ein großes Haus, also quasi ein kleines Lagerhäuschen halt. Mit einer kleinen Küche und oben dann, ne, ein kleiner, sag mal, so ein chill, chill, chill Raum, kann man es, ja, so kann man sagen. Hier, der Industrie, der Mag, der Repli. Okay, Leute, hier ist Produktion. Hier macht er, äh, ne, bisschen Metall und im Repli tut er seine Sachen craften, halt Rüstung, das Ganze gedünst, was man machen kann. Hier hat er noch ein Exomec, ne, falls er mal umräumen will oder so, da kann er gewisse Sachen, kann er da mit dem Exomec verschieben. Das ist auch ein absolut geiles Tool, was es auf Gen 2 gibt. Natürlich gibt es es natürlich auch bei uns auf den anderen Service, ganz klar. Und, ähm, ja, Nero, vielleicht hast du noch mehr. Kommt noch ein Haus. Oh, 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 es kommt noch ein Haus. Oh, 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 es kommt noch ein Haus. Oh, 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 es kommt noch ein Haus, Leute, es kommt noch ein Haus. Wir wollen mal schauen. Ja, das ist, das ist, äh, das ist Nero Salon. Hier, guck, hier können die Leute mit Pferde ankommen. Salon, was Salon gemacht? Okay, finde ich geil. hier sind ein paar cowboys paar cowgirls und so ok leute schaut euch das wieder an hier bisschen so western style hast du hier reingebracht ja klar wenn wir da rein können dann geht es hier da drin ist wohl die party ab leute schaut euch das mann hier ist ja voll die party am abgehen fehlt nur noch die mucke wir hören die wir hören die nicht aber schaut euch das mann finde ich auch absolut geil gemacht hier das war auch was anderes so ein bisschen mit den figuren kann man auch sehr viel machen leute ja ist noch eine tänzerin ich sehe hier moment das gut schauen der zirn ist am start hier an der stange dann hier ein musiker der wissen trommelt was ist nicht los ist die eine schlägerei oder so nein die tanzen die tanzen ok ok sieht mir eher wie eine schlägerei schaut mal ich finde die emotionen hier moment ich muss hier noch mal auf die bühne hier ist noch wahrscheinlich eine so der show macht und hier sind die zuschauer die hier ein bisschen abgehen für die absoluten geiles eine geile geschichte was hier gerade stattfindet oder was mein wort wie gesagt wir sind ja noch nicht durch so das war das wollen jetzt noch die innenräumlichkeiten vom saloon auf jeden fall kurze frage ist der öffentlich konnte jeder ein oder ist das so mir privat das ist privat ok 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 mädag schreibt schon mal tolle idee ich finde das auch auf jeden fall eine ganz ganz coole idee was er hier gezaubert hat jetzt ist die frage nero hast du noch ein gebäude oder leute also dann würde ich mal sagen wir werden noch ganz kurz vielleicht noch mal schauen ob ich nichts übersehen wir werden jetzt ganz kurz noch die base auf jeden fall also die base sind solche komplexe von außen uns genau anschauen wie er das gemacht hat also der saloon hier hinten finde ich auch sehr idyllisch muss ich sagen hier hast du mit holz und stein gearbeitet so wie es ja und bisschen glas es blendet gerade ein bisschen da aber von hinten ist ja von sonne und dann gehen wir hier nach vorne zum lagerraum den gemacht hat lagerraum mit einer kleinen küche wo wir ja gesehen haben leute und hier vorne das finde ich absolut schön gemacht schaut euch das mal an hier diese diese lampen ich nenne es mal lampen oder wobei ja nicht aber das sollten also lampen darstellen auf jeden fall wenn man da oben drauf schaut auf das haus dann sieht man ein gesicht jetzt muss ich mal nach oben gehen von welcher position muss ich mir denn das anschauen das ist jetzt noch ein bisschen schwierig kommst du zu mir jetzt wenn du so hoch wenn du zu mir kommst und wenn du so runter guckst ich glaube ich wo bist du sehe dich doch nicht treffen uns noch mal hier ich hab dich hab dich hab dich jetzt richtig ja also von der seite ja wenn du da runter guckst dann siehst du ein gesicht okay jetzt sehe ich das zwei augen sollten das sein das runde ja zwei augen eine nase und an der mund und ein mund ja ich sehe es gerade ich finde es eine coole idee wenn es eine absolut coole idee ist mal was anderes hatten wir jetzt so auch noch nicht auch bei uns auf dem cluster auf jeden fall und dann gehen wir gleich mal noch weiter zurück zum bier fass was er hier hingezaubert hat leute hier hat er mit holz und metall kombiniert vorne ist der zapfhahn und dann jetzt nicht zu vergessen mal hier die lampe hier die er gemacht hat mehr tag die augen werden dich verfolgen auf jeden hier die lampe die er gemacht hat leute schaut euch mal diese lampe hier an ich finde das auch sehr speziell so in der ausführung habe ich es noch nicht gesehen das andere prinzip kennen wir schon ein bisschen von unserem profi bauer den macron aber die lampe ist finde ich jetzt auch mal was spezielles leute was er auch gemacht hat was auch sehr schön gekommen ist hier unten mit den artefakten gearbeitet dass es hier ein bisschen leuchtet und so weiter und so fort also kann man jetzt gar nichts dagegen sagen finde ich was ich auch eine gute idee finde ist hier du hast hier das genutzten weg zum bier fass mit den artefakten da hast du dir das quasi ein weg gemacht so ein bisschen abgegrenzt sieht absolut toll aus kann man jetzt auch nichts dagegen sagen dann haben wir hier auf jeden fall die brücke leute wo wir quasi her gekommen sind es blendet wieder halt ein bisschen es tut mir leid ich werde gleich noch mal dann umdrehen damit was besser sehen kann und hier ist dann die große lampe beim teleporter ich finde die auch absolut geil absolut geil wie er die gebaut hat schaut euch das an finde ich absolut nice jetzt ist natürlich hier wieder das licht was ein bisschen blendet da kann man auch reingucken reingehen in dieser lampe man kann reingehen in die lampe leute aber geht nicht rein und dann kommt ihr nie wieder raus also hier blendet es ein bisschen schaut euch das an zweimal wir werden jetzt in der ersten kamera aber in die zweite runter muss ich nicht weil das sieht noch mal nein zweiter kamera kommst du nicht rein es geht nur in der ersten kamera ok ist der reingang so klein dass ich da nicht reinkomme ok da muss ich muss ich ja im prinzip nicht weil es ist ja zweimal das selbe prinzip einfach oben rauf quasi aber ich finde es absolut cool also kann man jetzt gar nicht sagen wobei unten ist ein bisschen schmaler als oben könnte das sein oder täusche ich mich jetzt unten ist glaube ich ein bisschen schmaler als der obere komplex ist doch schwierig zu sagen ist noch schwierig zu sagen nein auf jeden fall wir sind mal jetzt noch mal von oben sind wir noch mal abgeflogen alles ich fliege noch mal ganz kurz zum bierfass rüber leute auf jeden fall hier ist das bierfass bin ich auch noch mal ein bisschen langsamer hier rundherum damit sie sehen können noch mal und diese lampe da also absolut geil also gefällt mir am besten muss ich ganz ehrlich sagen die anderen sind auch schön aber die hier die das ist wirklich top top arbeit gut ich würde sagen leute nero wir treffen uns beim teleporter bei dir noch kurz auf jeden fall so dann will ich noch ganz kurz bevor ich dann meine bewertung hier abgebe ich fragen wie lange hast du ungefähr gebraucht für die lampen und für das bierfass und so weiter und so fort was ist das etwa alles miteinander so drei wochen und so mal ich hatte ja noch bis sie noch bin er natürlich admin und und das hier habe ich alles nebenbei gemacht so keine ablenkung und ja leute also mir gefällt es eigentlich sehr gut es ist auch eine sehr gute idee hatten schon mal eine bierflasche jetzt ist ein bierfass da nicht zu vergessen den saloon hinten den wir gesehen haben es jetzt von außen nicht so speziell aber was drinnen stattgefunden hat mit der story hat mir auch sehr gut gefallen von der deko finde ich jetzt persönlich ist es nicht zu viel ist nicht zu wenig was ich mir noch gewünscht hätte beim weg vorne zwischen den es ist geschmackssache aber beim weg vorne wo du die artefakte gesetzt hast zwischendrin noch ein paar pflanzen das hätte das ganze vielleicht noch ein bisschen besser gemacht aber ich gebe dir von meiner seite her kriegst du von mir eine neun von zehn neun von zehn auf jeden fall neun von zehn ist es für mich wir fragen mal kurz die anderen die hier jetzt noch im live chat drin sind schade sind heute nicht so viel gekommen aber noch mal ihr könnt eure bewertung jetzt abgeben schreibt bis zu dick ja für unten ja für unten das ist der corona bauch weiß da passt nicht mehr durch batman schreibt die deko ist wirklich schön mir fehlt etwas vor dem bierfass der rest ist sehr schön daher von mir eine neun von zehn er gibt dir auch eine neun auf jeden fall der matt auf jeden fall coole sache batman wie schaut es bei dir aus was bist wenn du noch unschlüssig bist du kannst es später noch mal auf youtube genau ins detail anschauen deine ist elf von zehn ja elf geht nicht also zehn ist das höchste und wenn du natürlich sagst es hat mich absolut aus den socken gerissen dann kannst du zehn plus machen also entweder mit zehn oder zehn plus was willst du geben in die wenn schreibt sensei bekommt von mir eine zehn von zehn saloon top admin treff wäre wäre es nice ehrenmann ehrenmann zehn von zehn auf jeden fall oh man dann zehn von zehn aber mit ganz viel hype also eine zehn plus von dir quasi batman du kannst auch zehn plus das ist dann noch ein bisschen so ein ein oben drauf als zehn wie du wie du möchtest auf jeden fall ganz viel hype er schreibt sie bloß ehrenmann alles klar ja nero komm noch ganz kurz zu mir damit wir dich sehen können ja ich würde sagen ich will mich noch mal recht herzlich bei allen gedanken die heute hier noch in den live stream gekommen sind und ihre bewertungen abgedrückt haben ich denke mal nächstes wochenende wird es wieder eine base besichtigen geben ich kann euch noch nichts garantieren aber ich denke schon zu 70 prozent habe ich da schon was gehört dass es was gibt und nero vielleicht willst du noch was sagen mhm danke dass ihr dabei gewesen seid und mir die bewertung gegeben habt auf jeden fall auf ehrenbasis leute absolut nice und die dies verpasst haben wie gesagt seit ehrenmänner ehrenfrauen schreibt auf youtube eure kommentare hin batman leider ja die base besichtigung gehen halt immer ein bisschen kürzer aber es sind auch schon wieder 30 minuten die wir jetzt hier gemacht haben und die die anderen base besichtigung mal anschauen wollen und genau sehen wollen was was hier die leute einfach gebaut haben auf den cluster von uns geht auf deluxe twitch youtube da könnt ihr alles anschauen und wäre natürlich noch geiler und noch besser wenn ihr unten eure kommentare hinschreibt und eure bewertung einfach da reinschreibt auf jeden fall ja blick nach vorne jetzt kannst du ja deine bewertung geben du hast ja gemeint ist ja nicht so ist ja glaube ich nicht so fan von der von der base was würdest denn du den euro für note geben und vielleicht auch noch begründen was dir nicht gefällt das wäre vielleicht noch ein bisschen ne schlauer auf jeden fall aber ehrt mich dass dir der stream gefällt ehrt mich auf jeden fall ok du bist ehrlich du bist ehrlich du sagst 1 ok 1 von 10 ist nicht deine base es geschmackssache ganz klar aber ich finde es cool dass du jetzt hier trotzdem noch deine note abgegeben hast das ist doch schon mal ist doch schon mal was oder das ist doch schon mal geil und du hast schon bessere gesehen aber jeder fängt klein an ja du wie gesagt base bauen ist eine geschmackssache es gibt kein falsch und kein richtig oder das ist halt das ding das ist auch ok du darfst auch deine meinung sagen wie gesagt aber noch mal ich bedanke mich trotzdem dass du jetzt hier deine note abgegeben hast das ist doch schon mal was und wenn es dich halt interessiert die anderen sachen noch sehen möchtest auf youtube kannst du alles nachschauen auf jeden fall gut leute ich würde sagen ich wünsche euch einen wunderschönen sonntagabend bleibt gesund und ich hoffe ihr startet gut in den montag rein wir sehen uns nächstes wochenende wieder am freitag in reason 3 checkt auch noch ganz kurz den streamplan ab dann ich werde es eintragen wann ich wieder hier und er bin und als kleine aus als kleine info am rande will ich noch ganz kurz die gbc community noch mal ansprechen wir sind partner server von gbc also die gbc community bitte gebt ein bisschen gas mit den spenden es ist verdammt wichtig leute es ist verdammt wichtig auf jeden fall wir grüßen auch die ganze gbc community auf jeden fall und ich würde sagen wir sind für heute raus dero wink mal rein wir sagen diesen bis zum nächsten mal